Hallo und herzlich willkommen, zurück bei Let's Play Assassin's Creed, vor Black Flag. Ok. Bereit machen für Aufschlag! Obacht! Ok, wir müssen hier schnell raus. Feindliches Feuer! Feuer! Oh. Verdammt. Feuer! Oh. Wunderbar. Zack. Komm. Okay, wir dürfen nicht vergessen hier zu steuern. Oh. Wunden getrunken, sir. Ein dickes Feuer! Feuer! Sehr schön. Wasserhose! Ach du Scheiße. Und fahr dieses Ding! Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Eine Wasserhose. Okay, das sind keine tausend Meter mehr Durchhalten Ach du Scheiße Müssen wir hier direkt drauf zuhalten Ach du Scheiße Ach du Kacke Das haben wir gerade noch so geschafft Okay Wir haben keine Verfolger mehr, das ist gut Ich glaube wir haben es geschafft Der Sturm lässt nach Sehr schön So Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen Wir haben es geschafft Mein Klappauter, Mann Wir leben Was für ein Chaos, Herrgott Mein Gott, da haben wir dem Tod nochmal ein Schnippchen geschlagen Ich bin Edward Hab vielen Dank für deine Hilfe Adiwale Hast du schon mal in Nassau, Adiwale? Noch nicht Mein Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube ich behalte sie Alle Mann nach Acht an Wir nehmen die Gute mit heim Jetzt haben wir unser eigenes Schiff Auf nach Nassau Mission beendet Okay 90% Synchronisierung ist nicht schlecht Fahren wir fort Jetzt weiß ich es, Adiwale Ich nenne sie Jackdaw Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt Wenn ich mit Männern segle, die so Bleich sind Es stimmt Die meisten würden dich nicht als Käpt'n akzeptieren Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister Nicht weniger Nun gut Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Käpt'n? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau Etwas Trinkwasser Sowie Reparaturen und Proviant Benünftig, Sir Jagen wir also Finden wir einen passenden Ankerplatz Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden Pulver und einige Pistolen Wenn möglich fertige ich einen zweiten Holster an Das wäre ein Anfang Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen Und traute meinen Augen nicht Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte Oh Gott Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver Näher als ein Mann seinem Weib Die beim ersten Funken in die Luft gehen Wir werden es ordentlich verstauen Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen Verstopfte Zündlöcher überall Ein Schiff Feuer 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 Luft bei Augen! Bereit zu Feuer! Ihre Schwachstattung! Ihr bringt nach einem Schuss! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Wir machen Feuer! Unter auf den Grund! Unter auf den Grund! Okay. Sehr schön. Oh, da können wir noch ein paar Schiffe plündern. Das versuchen wir doch gleich mal. Oh, eine Festung. Interessant. Ein Sturmkämpfer! Feuer! Wir machen Sie verwundern, Käpt'n! Ja, ha, ha, ha! Der Waffenbefehl! Feuer! Feuer! Nur ein gut platzierter Schuss! Wir wirst uns versenken, Kenway! Feuer! Und getroffen! Feuer! Halt sie mit Kämpfer geschossen auf! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Schwachstattung ist ungeschützt! Schießt! Halt sie mit Haken fliegen und entern, Sir! Wo ist der verflogte Pulmarasse? Alles klar für den Auffall! Hieß die Binnenarm! Entern wir sie! Was ist das flicken? Okay, zu dem Schiff hier. Okay, zu dem Schiff hier. Wirst Balk mein Schwerd küssen! In die Wannen, junge Segel raffen! Handen hoch und treffen! Wir werden euer Tod sein! Goodbye, Best! Okay, komm Edward! Ey! Na, ich muss mich erstmal hier wieder in die Steuerung reintasten. Entern wir hier. Der Käpt'n ist abgetaucht! So. Der Käpt'n ist abgetaucht. Schauen wir doch mal, wen wir denn hier alles haben. Der Käpt'n ist abgetaucht. Zack. Und. Und. Bam! うわ! Zack. Zack! also die können ja gar nichts können wir hier was erbeuten verdammt ich glaube ich hätte noch was erbeuten müssen also im carbon bin ich noch wirklich sehr unerprobt muss ich zugeben und ich glaube wir können hier noch bestimmt was mitnehmen also ich muss hier erstmal selber das game reinkommen und warum denn ich da einfach mal ein paar experimente machen so nein ich will da auf schiff na komm edward stell dich nicht so blöd an kommen wir hier runter nein das schiff wollen wir ja nicht unbedingt haben sieht aber nicht so aus als könnten wir etwas holen also kommt es war ein guter überfall ok geplündert was soll mit dem schiff geschehen ja wir reparieren die jackdorf sehr schön dort gehen wir an land das ist wirklich ein geiles feeling hier klippe ver- stopt bram marssegel wir halten die böse abaco island zack wohnen muss ich denn segeln also ach so wildtiere ok schauen wir doch mal jagd und herstellen sie können tiere jagen und heute nur um tierprodukte zu sammeln ok mit dem adler auge können wir vielleicht die gegner ausfindig machen was war gleich noch mal adler auge da muss ich mich jetzt auch noch mal dran gewöhnen ach nein ach nein ach nein ok adler auge was war adler auge steuerung anpassen na attentat adler auge v ach ja genau genau was können wir hier machen zurück zum schiff achso na komm stell dich nicht so blöd an auf 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 Äh, so stelle ich mich blöd an. Ja. Okay, häuten wir mal diesen Jaguar. Mh, lecker. Ach nein, das war ein Ocelot. Okay. Okay. Okay, häuten wir natürlich auch. So, ein Knochen und ein Ocelot-Pelz erhalten. Leguane. Okay, den haben wir auch. Der ging sogar relativ einfach. Die sind aber klein. Okay, die Leguane sind einfach. Die häuten wir jetzt auch noch. Und dann wäre das unser letzter. So, sehr schön. Der ungeübte Captain. Der ungeübten Sektor-Upgrades. Ähm. Mörsor. 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 Okay. Okay, das ist noch nicht verfügbar. Was sollen wir denn machen? Ein Holster herstellen. Mhm. Okay, das habe ich jetzt versaut. Herstellung. Ein Pistolenholster. Okay. Okay. Ja. Sehr schön. Okay. Und Gesundheits-Upgrade 1. Gut. Super. Dann hätten wir das doch geschafft. Adewale müssen wir treffen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Liebe Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.